Heute gibt es frisch gepressten Gurkensaft. Ich habe am Wochenende ziemlich gesündigt und viel Scheiße gegessen und das merke ich jetzt. Und deshalb trinke ich jetzt so einen Saft und hoffe, dass das meine Verdauung anregt und die Chemo noch mehr weiter aus meinem Körper rausgeht. Sehr gut ist das. Ja? Naja, freiwillig würdest du das nicht trinken, glaube ich. Schmeckt gesund, aber ich finde das geschmacklich, mir schmeckt das wirklich. Das könnte man dann z.B. noch mit einem mittleren Imbär oder Billen-Limettensaft. Nächstes Mal kriegst du einen besseren. Ich mag das. Ich mag das echt. So, und jetzt gehen wir einkaufen. Gehen wir in mein Lieblingsgeschäft. Gott sei Dank ist das gleich bei mir um die Ecke. Da packen wir uns jetzt Säcke ein. Das ist ein Bioladen, so ein nicht wirklich unverpackt Laden, wo man alles nur unverpackt kriegt. Man kriegt ganz viel unverpackt. Und es ist so ein Mitgliederladen. Das heißt, man zahlt einen Mitgliedbeitrag. Ich zahle 35 Euro im Monat und dafür kriegt man den Einkaufspreis. Auf geht's! Ah, du meinst Saft. So eine Billa-Werbung. Na, wir machen jetzt... Machen wir... Jetzt machen wir keine Billa-Werbung. Machen wir schon genug. Wir machen... Ba-bam-Bam-Bam-Bam-Bam... Produktpartierung heißt diesen Empfehl. Oder? Auf geht's! Grüß dich im Auber-G city! So, gehen wir einkaufen. Ich geh nicht mehr gern einkaufen. Ich hasse einkaufen. Nur in dieses Geschäft geh ich gern einkaufen, weil es so klein ist. Schau, unverpackt, natürlich, bewusst, miteinander, nachhaltig, wertschätzend. Das ist das, was ich mag. Hallo! So, also, Grünkohl gibt es bei mir immer. Für die Säfte. Die Tasen kriegen auch immer was. Das ist ur-praktisch. Du kannst alles in den Gläsern, das ist alles offen. Fühlt man sich in eine Sackerl. Das ist ein geröstete Haare. Das ist für mich Süßigkeiten-Ersatz. Das ist gut. Gut, oder? Machst du's? Nugger ein bisschen. Komm, jetzt gehen wir noch Reis kaufen. Schau. Schau. Guck da raus. Guck mal rechts weg stoppen. Ups. Das ist nämlich auch ur-cool. Du kriegst auch die ganzen Hygienesachen offen. Da kannst du da so das Waschmittel und so raus in so einen Pumpen. Das finde ich ur-super. Also wirklich von Haarschampon bis alles irgendwie. Da dann diese ganzen Kichererbsen-Zeug. Das ist sympathisch, so einkaufen zu gehen. Und das Smart Bread, wann kriegt ihr das wieder? Donnerstag nach Mittag. Kannst du mir deinen Hirsel weggeben? Du bist ein Schatz. Danke. Machst du.